Genauso wenig wie die ganzen Anhänger. Boah, ist uns interessant. Mal schauen, was ich da für mein Let's Play später kau. Ah, also für das Multiplayer LP oder für das normale? Ja klar. Weiß ich gar nicht. Machst du jetzt nur das Multiplayer LP? Oder wie läuft das eigentlich? Genau, das wollte ich dich eigentlich auch noch mal fragen. Ja, erstmal. Nur Multiplayer LP, okay? Also wie zum Beispiel... Ah, jedes Mal jemand anderes. Das kann aber passieren auch mal mehrere gleichzeitig. Also, ähm, halt, ähm, du verstehst was ich meine. Ja. Die gleiche öfter. Ja, ich hing grad bei mir. Gut gemacht. Achso. Ne, ne, das war gut gemacht. Da musste ich nicht fahren. Ich dachte eher, das war so eine gewisse Ironie. Ja, ich würde den Bürgern demnächst wieder auftragen. Ne, war's nicht. Ja, ich hab's nicht. Ja, die Hälfte noch, oder? Ja, die Hälfte noch, oder? Ja, die Hälfte noch. Ja, hat auch noch einer so die Glitter. Aber nicht viel mehr als die Hälfte. Noch mehr als die Hälfte. Noch mehr als die Hälfte. 70 hat er jetzt... Ich glaube, Ronald 12 war es noch ein, ich weiß es nicht. Werner, gibt es den mobilen Tank? Aber der mobile Dünnertank, den gibt es nicht mehr. Ja, den gibt es. Ah, gut. Ja, den gibt es. 78. Wie viel hast du? Ja, wie heißt der Traktor? Hast du deinen Traktor-Namen gegeben? Welcher? Nö. Aber der Rote heißt ab sofort. Oh. Wie soll ich den nennen? Halt, Stopp! Was ist ein Problem? Ja, ich bin noch am überlegen. Ich glaube, ich nenne den Fred. Moment, den roten wie? Joa. Fred! Also, liebe Leute, da, der rote Traktor, wo war die 57er drin heute? Und der gelbe heißt, ähm... Der heißt Fred! Warte. Franz. Nein, der ist viel zu modern und Franz zu. Franz! Was ist ein moderner Name? Äh... Von mir ist auch gern an Dreh. Und ich dräng' ich hier grad ab. Ich dräng' ich hier grad ab. Ja, ich hab' den stärkeren Anhänger. Haha! Weil ich fahr' noch mal ne Runde. Du drehst noch eine Runde! Warum hab' ich das eigentlich an? Äh... Ja, jetzt ist aus. Ja, 85, 86. Hat er schon die 80, 90? Hat er schon die 80? 90? Ich fass' dann zu den Kühlen. Und? Dann werden wir mal. Genau. Ich möcht' dann auch mal sehen, wo der reinkippt. Kannst du vorher mal aufsteigen? Der müsste hoch bestehen. Ach so, der Seem ist ja auch hinten, stimmt. Aber ich war grad, dass der Seem beim Bauernhof ist. Oh. Stimmt, das ist einfach noch kein Name. Dann nenn' mal das Seem. Nein. So nennen wir ihn nicht. No. Pim! Aber der Pöttinger M... Äh... Von mir aus. Aber der Pöttinger Max 6 heißt Franz. Timo! Okay. Franz und Fredolin. Okay. Den fahr' ich gleich. 98. Okay. 99. 100. 100. 100. 90. Fransen Fredolin. Warte mal. Was haben wir jetzt? Wie heißt der? Fritz? Manuel. Manuel. Nein, deiner heißt... Ja. Manu. Wie? Ja. Manuel? Deiner. Ja? Der Linder. Der Rote, den du grad hast. Ja? Der Linder heißt Manuel. Der Linder heißt Manuel. wir jetzt. Der rote heißt, äh, der gelbe, also den, wo ich gerade drin hab, äh, heißt. Ja, der Fridolin. Ach, keine Ahnung. Ja. Fridolin. Der rote ist Kerdinger Franz. Manu. Ja, doch, der Timo. Es ist doch der, ja stimmt, der Timo haben wir noch keinen Namen. Ah, Timo. Hallo, Timo. Na, mir fallen moderne Namen, hab ich mir einfach Timo eingefallen. Manu, Fridolin, Franz. Ah, Timo. Okay. Was? Okay, ist ein wenig kompliziert mit diesem dummen Namen. So. Ja, finde ich. Also, dumm zu merken, finde ich sehr. Ja, keine Ahnung. Was streut man denn den Stall ein? Dann warten wir mal. Was? Wie? Hä? Man muss ja den Stall einstreuen. Keine Ahnung. Nein, meine Ahnung. Das heißt, aber steht nix, dass das Mais rein muss. Äh, äh, Mais rein muss. Ich bin grad dabei. Ich bin grad bei. Könnte da Mais rein? Kann da Mais rein? Kann da rein? Wo bist du rein? Auch ich weiß es nicht. Kann sein. Kann sein. Da kann doch der Mist rein, glaube ich. Probierst einfach auch. Okay, kann ich nicht auskippen. Nö. Aber es kommt doch kein Symbol zum Auskippen. Steht da das? Ich bin jetzt geschwangen gelaufen. Hopp. Gut, 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 gut. Häckselgut wird hier nicht angenommen. Nächsten. Ich versuch's mal bei dem ganz links. Und da kommt die Mitte. Okay. Ich darf's nicht abkippen. Jetzt hier. Ja, welches denn? Ja, da bin ich schon durchgefahren. Kann ich auch nicht auskippen. Ich kann's finden. Nö. Darf ich mal probieren? Nun kann man hier noch was abkippen. Nö. 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 Darf ich mal probieren? Ich fahre jetzt einmal um diesen kompletten Vorstellung rum. War also da hinzukommen. Und schau, wo ich dieses hässliche He... das hässliche Hexe gut loswerd. Geht's hier? Warte. Wo bist du? Ähm. In dem Durchfahrding. Hier. Ach, da fällt da runter. Genau. Nö. Geht's? Versuch's mal in den Futtertruck hier zu kicken. P.S. auf der anderen Seite von dem Stall liegt auch noch ein Gewicht rum. Ach komm. Oh, das hat ja das weiß ich. Das hat mich dann gekickt. Geht's da auch noch? Ich denke, das finde ich schon gut. Oh, Gott. Wo wird es angenommen? Das ist gut. Boah, jetzt lächst du aber auch wieder ganz... ordentlich. Joa, das ist halt... Hier kommt zum Beispiel Saka-Zeichen. Das muss ich nicht so kippen. Geht nicht. Geht nicht. Ich vermute jetzt eins, weil hier das ganze Zeug, hier das Gras liegt... Ja ne, es ist ja auch im PDA. Unter Statistiken unter 3 von 5 Futtertruck-Silage. Ist ja auch nix drin. Eine St... Oh nein! Haha, ich weiß welchen Fehler wir gemacht haben. Du musst da Silage reinkippen, kein Häckselgut. Silage ist das, was aus der BGA kommt. Was ist Silage? Jupp. Also müssen wir das jetzt erst durch BGA fahren? Jupp. Und von der BGA müssen wir dann wieder hierher fahren. Okay. Okay. Ja. Und ich komm. Also ich bin bei der Giga auch. Ähm. Ich weiß nicht, ob deine Anhänger auch wohl ist. Vielleicht dich vielleicht zum Fuß zurücksetzen? Ähm. Ich will's lieber nicht riskieren. Glaub schon. Ja. Ich auch nicht. Eine ganze Weile. Ja, ne, wir gehen jetzt ja auch. Ja und? Ja. Eine Stunde 29. Macht doch Spaß. Ja. 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 Vor allem wenn man jetzt rausfindet, wie man das ganze Zeug machen muss. Ja. Ja. Na ja. Ich verdichte aber wen was nicht verdichtet werden muss. Macht aber Bock zu verdichten. Ja, es verändert sich. Ja! Wie viel Geld haben wir? Wie viel Kredit haben wir? 26.000. Äh, 180. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, sich irgendwie zu versuchen, eine Ballenpresse zu machen. Und dann, ähm, Futtermisch wagen, um den Kühen wissen, was Futtergemischmäßiges zu geben. Ja. Kraftfutter. Ei, hau ab. Oder wie das nennen, wie genau. So scheißegal. Ist das falsche. Das ist krass. Hier wird... Was? Das funktioniert? Und du weißt jetzt. Ja, der Kopf. Hab gerade einen Screenshot gemacht. Siehne mich noch. Lass mich mal fertig. Hat er echt nen Screenshot gemacht. Hey. Das ist auch geil. Das ist so scheißegal. Das ist voll Gras, das, was ihr liebt. Ich kann meins auch dazukippen. Ne, brauchsch nicht. Du kannst den Traktor wieder wegfahren. Ich geh bis hierhin mit dem Traktor. Ähm, zum Häcksler. Wohin? Okay. Ich deck das Silo zu. Jupp. Ist gemacht. Ich geh nicht so. Achso. Ah, jetzt ist er bei mir auch reif. Ja, der Meiß ist auch reif bei mir jetzt. Echt? Warum stört's dich? Können wir jetzt mal Aufnahmepause machen? Du nimmst doch gar nicht auf. Ja, ich muss mal Schluss machen. Ja, okay. Von mir aus. Also dann. Ja, aber du. War schön, hier mal ein bisschen zu helfen. Beziehungsweise helfen zu dürfen. Und dann. Vielleicht komm ich ja nochmal zu Besuch auf dem Hof. Also. Ciao. Bestimmt. Tschüss.